Hi, Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners und ich fange mein Video immer noch wieder damit an. Ich freue mich, denn Dads Hat Rye habe ich schon getestet, normal, Port Finish und was mir fehlte war der Vermouth Cask Finish. Und ich hab den doch! Hihi. Also, was wir hier haben ist Dads Hat Pennsylvania Rye Whisky. Sechs Monate lang in kleinen Fässern, also 15 Gallon große Fässern, also 15 mal 3,8 einfach mal sagen wir mal 55 Liter Fässern. Und da ist John Cooper und Hermann Michalech, die haben jetzt hier diese Sache gestartet. Die kennen sich seit der Uni-Zeit, also 70er Jahren und dann haben sie immer wieder selbst destilliert zu Hause und dann nach 35 Jahren Berufserfahrung haben sie gesagt, lass uns mal unser Traum hier Wirklichkeit werden lassen. Durch eine New York Times Zeitungsartikel 2006 haben sie von dieser Craft Distiller Movement gehört. Und dieser Hut ist natürlich nicht nur ein Marketing Trick, sondern von Hermann Michalech. Sein Papa hat eine Kneipe unten im Haus gehabt. Die haben oben gewohnt, unten war die Kneipe und der Papa hat immer diesen Hut aufgehabt, diesen Stetson. Und von daher dieses Fedoras. Und das ist dieses Emblem, was ihr da drauf seht. So, ich war sehr, sehr, sehr gut angetan oder begeistert sogar von dem Red Hat Rye, wie weich er ist. Red Hat Whisky ist 45%, kostet 45 Euro. Und die Still, also diese Brennblasengeschichte, denn da, was sie da haben, kommt aus Deutschland. Yay! Und seit 2012 produzieren sie Rye Whisky. Gewinnbringend ab dem ersten Jahr. Die haben insgesamt drei Dinge auf den Markt im Grunde gleichzeitig gebracht. Den normalen Rye Whisky, der Vermut, ähm, finished und der Port Finish. Port war nicht so gut. Was ist Vermut? V-E-R-M-O-U-U-T-H. Also, hier haben wir mit 47%, hier haben wir damit zu tun mit einem Rye Whisky, der sechs Monate lang normalerweise Fass war und in drei Monaten nach, ähm, nachgereift ist in einem Vermut Fass. So, Vermut kennen wir eigentlich aus Martinis. So, ähm, ursprünglich, 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 laut Wikipedia ist das aus Turin, Italien. Und das wird mit Manhattan dazu gemixt. Und manchmal beim Kochen kann man statt Weißwein benutzen. Und es gibt einen süßen und einen trockenen Vermut. Und, ähm, hier haben wir dann aus der Quadi, Q-A-I-D-Y-L-O-N, ähm, Winzerrei. Und das, was ich bisher gelesen habe, war als eher der süßen Vermut. Und das gibt ein Finish und damit ist eine einzigartige Kombination, denn ich kenne keinen anderen Whisky-Distiller, der seine, ähm, Whisky jemals in Vermuth-Fässern nachgereift hat. So, ähm, Farbe ist nett. Bei der Portwein war es nicht nur braunlich, sondern auch rötlich. Hier habe ich das nicht. Denn, ähm, Vermuth ist nicht unbedingt farbintensiv. So, was sagt meine Nase? Eindeutig Roggen. Also, Roggen ist da, aber da ist was anders. Ich bin nicht der, ähm, genialste Martini-Trinker. Vermuth ist etwas, wo ich bisher ein etwas Bogen darum gemacht habe, denn, ähm, mein Geschmack bisher hat es noch nicht ganz so entsprochen. Deshalb kann es sein, dass ich etwas hier rieche, was ich sonst nicht so gut kenne. Interessant! Also, ich hätte lieber Jason Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, nur, ähm, den Rye Whisky, Rye. Diese ganze Finishing-Geschichten finde ich ein bisschen, ja, mein Wort jetzt hier übertrieben, aber das ist so. Also, ich glaube, ich habe es auch letztes Mal beschrieben, der, ähm, Dad had Rye Whisky war eine Roggen-Teich. Nicht fertiges Brot, sondern dieses nasse, klebrige Masse, was in der Küche da ist, wenn man Roggen produziert. Also, dein Brot dazu. Und genau eben das habe ich, plus irgendetwas oben drauf. Und diese irgendwas oben drauf muss diese Wermut sein. Irgendjemand hat mal gesagt, probieren geht über studieren. Und nun, lass uns mal probieren. Ja, jetzt, jetzt habe ich Wermut. Das war, das ist hier dieses, ähm, Jason versucht, Wermut zu beschreiben. Eine Grappa-ähnliche Geschichte, was sehr viel mehr Traubenmoos, ähm, Moos, 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 Traubenmoos hat. Das wäre für mich meine Beschreibung von Wermut. Relativ smooth. Am Ende kommt ein bisschen mehr Au, ein bisschen mehr Power. Das ist eine einzigartige, interessante Kombination. Ich glaube, mir gefällt den normalen immer noch besser, weil ich gerne Roggen-Whiskys trinke. Aber der hat was. Der hat echt was. Leute, Mensch. Also, ähm, Hermann Michalich, du bist Chemiker, Chemiker vom Beruf her, und deine Sache hast du echt gut hier gemacht. Stell dir mal vor, du hast einfach diese Aufgabe, innerhalb von neun Monaten eine marktreifigen, marktreifen Whisky zu erzeugen. Das ist Wahnsinn, was die da hingekriegt haben. Neun Monate. Also, ich habe schon Rye-Whiskys gehabt, die schon sechs Jahre alt waren, und mehr Biss, mehr, mehr, mehr Jugend, Jugendhaftigkeit hatten als das Zeug hier. Also, die machen ihre Arbeit dort in Bristol, Pennsylvania echt richtig gut. Gut 20 Meilen Nord von Philadelphia. Deine Nase kommt einiges an Holz durch, einiges an diese weiche, 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 ähm, Rogenteich. Ähm, ich habe auch ein kleines bisschen hier wieder dieses Holz dabei. Ich glaube, ich habe letztes Mal auch erwähnt, dass es Mahogoni ist, aber indonesische Mahogoni. Also, ihr könnt wahrscheinlich nichts damit anfangen, aber ich als alte Tischler damals, ich weiß genau, wie das Zeug gerochen hat, als wir es geschnitten und auch gehobelt haben. Ja. Echt gut. Ja. Also, um die 50 Euro finde ich ein bisschen viel. Ticket darunter vielleicht. Aber vom Geschmack her gefällt mir das echt gut. 2+. Kann ich echt mithalten. Vielleicht muss ich eigentlich einen Vergleich machen von den drei. So. Jason hier. Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Dad's Hat Rye Vermont Cask Finish finde ich gut. Besser als erwartet. 2+. 50 Euro. 3... Glatt. Preis-Leistungs-Verhältnis. Ähm, wer eine richtig bombastisch sehr gute Rye Whisky haben möchte. Und diese Rye Whisky soll möglichst jung sein. Mit Dad's Hat könnt ihr nichts verkehrt machen. Das Zeug ist bombastisch toll für diesen sechs beziehungsweise neun Monaten Fass. Der Vermut Finish macht es ein bisschen anders als erwartet. Und dieses anders ist in diesem Fall sogar gut. Ich hab keine Ahnung wie das sich dann verhalten würde mit einem... Echt nicht schlecht. Interessant. Mit einem Malt. Oder mit einem Easley. Oder mit einem Irish. Oder mit einem Bourbon von was weiß ich woher. Ja. Aber das ist echt interessant. Gefällt mir. Ob es dir gefällt weiß ich nicht. Gut. Jason Herr. Meine Meinung hast du. Also einen netten 2+, einen glatten 3 für Preis-Leistungs-Verhältnis. Also 47% ist auch genau auch richtig finde ich. Und dieses Cask Finish mit Vermut war überraschend gut. Vielleicht ist deine Meinung anders. Schreib es mal hin. Würde mich immer wieder mal interessieren. Okay. Tschüss und bis demnächst.